Musik Hey Leute und willkommen zum dritten Teil meiner Bunker Challenge. Ich bin Selina und wir sind immer noch in Woche 1. Ich habe die Welt wieder geöffnet und ich würde sagen, reden wir gar nicht lange darum und öffnen einfach mal das Grundstück. Musik Ich hoffe auch mal, dass wir heute vielleicht schon die ersten Bananen pflücken können, weil im letzten Teil, falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die Playlist unten in der Videobeschreibung. Und im letzten Teil ist ja unser Bananenbäumchen schon ganz schön groß geworden. Und wer weiß, vielleicht wächst ja heute mal was. Wenn es mal aufhören würde zu laden. Das braucht immer so ewig. Das ist bei euch auch so. Ich weiß nicht, ob das an meinem PC hängt. Musik Ich bin auch schon die ganze Zeit dabei, mein Mauspad zu betrachten. Ich habe ja jetzt das neue Sims-Mauspad. Da habe ich auch ein Bild auf Instagram gepostet. Die Musik hört sich schon mal vielversprechend an. Musik Ja, jetzt. Und diesmal sind wir auch nicht draußen am Grundstücksrand. Das ist auch mal schön. Ah, genau. Und letztes Mal sind wir hier noch stehen geblieben. Unsere Dusche ging kaputt. Und wir haben ja noch keine, ähm... Wie nennt man das? Mechanikfähigkeiten, glaube ich. Und dann hoffen wir mal, dass es beim ersten Versuch schon gleich funktioniert. Wenn wir sie jetzt reparieren. Und das Waschbecken müssen wir auch nochmal säubern. Ich kann mich nur noch daran erinnern... Ah, Geschicklichkeit heißt das. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir es letztes Mal, glaube ich, dreimal angeklickt haben. Dass wir es jetzt säubern. Und es ging irgendwie nicht. Naja, ich schaum nochmal unten vorbei. Ja, das war bisher jetzt unser Bananenbäumchen. Noch nichts zu erden, noch nichts zu bewässern. Ist ein bisschen schade. Ansonsten, wie sieht das mit den anderen Pflanzen aus? Hm. Noch gar nichts. Naja, das macht aber erstmal nichts. Ähm. Ja, wir haben eigentlich noch ziemlich viel zu essen. Weil letztes Mal ging die Vorräte ganz schön nach oben. Da war eine Pflanze nach der anderen fertig. Und vor allem, die haben dann immer richtig viel noch gegeben. Na ja, Spaß und Sozial bringen wir heute auch noch nach oben. Dann geht's unserem Marcel wieder ein bisschen besser. Die Pfütze müssen wir aufwischen. Gewöhnliches Tuning-Teil. Ach, cool. Das wäre ja cool. Wenn wir mal auch genug haben, können wir auch mal anfangen, hier irgendwas zu verbessern. Also ich weiß nicht genau, auf welchem Level das anfängt, dass wir, ähm, Badgeräte, äh, Sanitäranlagen, das Wort habe ich gesucht, verbessern können. Aber an sich ist ja eigentlich ganz cool. Erstmal die Pfütze aufwischen, dann putzt hier nochmal die Zähne. Haben wir eigentlich einen Mülleimer hier? Nee. Ach, das ist ja blöd. Dann hängt uns ja überall der Müll da. Hm. Dann geht die Laune erstmal nach unten. Aber er kann dann schon mal anfangen, sich selbst zu motivieren. Ich glaube, es war so, es bringt nun sozial nach oben, oder? Wie war das? Gar nichts. Gut. Und das machen wir nicht mehr. Wenn, dann sollte es auch was bringen, finde ich. Es ist ja nicht hier zum Zeitvertreib, sondern wir müssen ja wirklich darauf achten, dass es unserem Sim auch gut geht. Schließlich wollen wir ja die vier Tage überleben. Wieso kann ich da jetzt nicht draufklicken? Äh, doch, aber gerade ging's. Und wir können bewässern und ernten. Das ist cool. Da auch ernten. Mal sehen, was wir bekommen. Was ist das für ein Strauch? Ah, Karotten. Okay. Wie viele Karotten haben wir im Moment? Zwei Stück. Und wir haben sogar noch ein Tuning-Teil bekommen. Wo ist er denn? Ah, der kommt da. Das ist gut. Erstmal schon die Pflanzen gießen hier. Und wieder eine Pflitze gemacht. Das ist aber ein sehr unordentlicher Sim. Dabei hat er nicht mal das Merkmal. Ähm, ja. Wir schicken ihn mal am besten nochmal an das Metall-Ding. Damit der Spaß ein bisschen hoch bekommt. Weil letztes Mal haben wir auch rausgefunden, dass dieses Teil, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ähm, das bringt Spaß ziemlich weit nach oben. Okay, was heißt ziemlich weit? Das bringt auf jeden Fall schon mal was. Weil bisher haben wir sonst noch nichts rausgefunden. Ja. Was? Was tut er denn jetzt? Ich glaube, das lag eben an dem Wahnsinnigkeitsmerkmal. Hat ja eben schon ziemlich komische Grimassen. Hast schon wieder Hunger. Ja. Ja. Ein bisschen Spinat. Sagen wir zwei Stück mal. Ja. Basilikum haben wir auch ganz viel. Kann auch erstmal essen. Sagen wir drei Stück. Dann müsste es erstmal für eine Weile gehen. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal, ähm, Spaß und Sozial nach oben bringen. Weil ich weiß gar nicht, ob das auch den Schlaf stören kann. Und dann sieht man jetzt schon, unwohl, bloß eins wegen unfreundlicher Umgebung. Das haben die wirklich nicht doof bedacht. Hauptsache, die Challenge wird nicht einfach. Wegen, was ist denn jetzt so energiegeladen? Ah, durch das Nickerchen. Und Erntepflanze. Ja, komm, Marcel, dann red noch mal mit dir selbst. Ah, doppelte Pfeile hier bei Spaß. Das ist ja cool, wenn man beides gleichzeitig macht. Ich traue mich schon gar nicht mehr, dass, ähm, der Handrang wieder so niedrig wird. Und, ähm, das dauert nicht mehr lange. Das ist mal nichts. Hauptsache, es geht irgendwie nach oben. Ist ja im Moment das Wichtigste. Ah, Spaß ist schon im geilen Bereich. Zum Glück. Und, mhm, die Blase. Na toll. Mach du jetzt noch mal ein Nickerchen. Und ich gehe noch mal runter. Und schaue mir die Pflanzen an. Aber schaut mal, in dem Strauch, da könnte auch was sein. Zum Glück. Wir haben schon was gefunden. An den anderen Pflanzen sieht's schlecht aus. Ah, nein. Das ist cool. Scheinbar sind meine Dienste heute bei dir nicht nötig. Ach so, ja. Das war, als er, ähm, am Handy unbemerkt war. Hat er den Gartenservice bestellt. Und warum ist der jetzt traurig? Weil er einsam ist. Oh je. Ach, das ist ein hartes Stück. Aber sozial bekommen wir schon noch irgendwie nach oben. Und er muss schon wieder ganz dringend aufs Klo. Aber da wird einem erstmal so richtig bewusst, wie schnell, ähm, solche Emotionen nach unten gehen. Das ist mir vorher nämlich noch gar nicht so richtig aufgefallen. Da spielt man eben auch ganz normal. Und jetzt muss man hier wirklich gut darauf achten, dass es immer oben bleibt. Beziehungsweise mal so gut wie es geht. Sonst zieht es das noch einmal an. Red es noch einmal mit dir selbst. Schlafen wird er wahrscheinlich auch nicht. Gerade weil er so dringend aufs Klo muss. Ja, komm, mach das noch mal. Es schadet ja nie. Und Freundschaften kann er auch nicht schließen. Was war das noch? Unkrautjäten. Klicke auf eine Pflanze und wähle überwucherte Pflanzejäten. Ich glaube, wir kümmern uns so gut darum, wir haben gar kein Unkraut. Aber Spaß ist schon wieder im grünen Bereich. Das ist echt gut. Mit sich selbst flirten würde er doch bestimmt auch am Spiegel sozial hochbringen, oder? Nee. Dann lassen wir das. Keine Zeit verschwenden. Nur das machen, was uns wirklich was bringt. Wenn es dann eben auch so ist, damit man zehnmal das gleiche macht. Oh je, Hunger ist auch schon wieder im roten Bereich. Und Energie ist ganz nah dran. Hm. Ach, schaut mal, wir haben zehn Erdbeeren bekommen. Ja, dann ess nochmal Erdbeeren. Basilikum kannst du auch nochmal essen. Noch eine Karotte. Die heutige Post wurde zugestellt. Rechnung von 6.973. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das erklärt habe. Aber normalerweise ist es ja so, man darf ja kein Geld ausgeben. Mit der Rechnung ist es jetzt so bestimmt, dass es da erlaubt ist. Also einfach Briefkasten, Rechnung bezahlen. Ach, nee, da muss der ja an den Briefkasten laufen. Kann ich das hier mit dem Handy? Ja, doch, gut. Dann haben wir keine andere Möglichkeit. Dann muss man das mit dem Handy machen. Da es ja, wie gesagt, eben erlaubt ist, dass man die Rechnung bezahlen darf. Ja, dann ziehst du dir nochmal dein Zeug an. Redest nochmal mit dir selbst. Ich hoffe, dass er sich dann mal endlich in die Hose macht. An den ersten zwei Stunden. Also langsam müsste er auch mal sich nochmal um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel Energie. hier. Ah, Kokett sogar. Immer noch. Ah, nee, warte, es hat sich geändert. In einer Stunde. Das ist gut, das ist gut. So, ich sehe nochmal unten nach. Bitte, ich will heute mal endlich mal Bananen haben. Da kann man ja mal gucken, ob das mehr bringt als andere Lebensmittel. Ich kann es mir eigentlich schon gut vorstellen, da es ja auch länger braucht zum Wachsen. Oder, dass es so geregelt ist, dass es vielleicht nicht gerade mehr braucht, also mehr bringt. Wir dafür aber mehr Lebensmittel bekommen. Ach, bleibt mal stehen. So, jetzt. Die Müdigkeit sinkt. Das ist schaden. Normalerweise haben wir es immer gut hinbekommen, damit die Energie immer im roten Bereich bleibt. Ich glaube, es war nur einmal oder so im grünen, äh, im gelben Bereich. Nochmal Screenshots. Ja, komm, geh duschen. Aber dann auch gleich schlafen. Oder, geh nicht duschen. Der wird aber gleich sowieso wieder aufwachen. Ja, sag ich doch. Und dusch zuerst und geh dann schlafen. Ich seh nochmal unten nach. Bewässern! Ist doch schon mal was. Ah, doch, da können wir jetzt auch wirklich schäten. da auch bewässern. Aber eigentlich, ähm, wachsen die Pflanzen ja schon relativ schnell. dann geh nicht schlafen. Dann geh nicht schlafen. Dann mach das danach. Wir müssen erstmal gucken, damit wir die Pflanzen nach oben bekommen. Oh je. Aber ich bin echt froh, damit wir Spaß jetzt so weit nach oben bekommen haben. Ich hab eigentlich gedacht, es wird, äh, hier jetzt ein bisschen schwieriger. sozial ist eben noch unser Problem. Weil Computer darf er nicht benutzen, Handy auch nicht. Und die Sprechblase kann halt nur mit sich selbst reden. Kann ich mir wirklich vorstellen, dass es nicht so weit nach oben geht bei sowas. Wir werden einfach mal unser Bestes versuchen. Aber ich bin mal gespannt, was so die nächsten Wochen so kommen wird. So wie ich das verstanden hab, ist am Samstag dann schon gleich, ähm, also kommt dann die nächste Challenge raus, die nächste Aufgabe. Und ich weiß ja nicht, wie viele Wochen das geht. Aber, ähm, ja. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt die leichte Challenge war. Weil so einfach ist das Ganze hier doch nicht. Ja, komm, geh erstmal schön schlafen. Dann machen wir es Unkraut weg. Hat sich ein Schlaf auch ein bisschen verdient. Hast du wieder Hunger? Komm, wir blättern war's das erstmal. Dann kümmern wir uns nochmal um unsere Pflänzchen. Aber ich bin wegen den Bananen jetzt echt mal gespannt. und freue mich da schon richtig drauf. Ach, wie cool, da können wir auch schon ernten. ich traue es mir ehrlich gesagt noch nicht zu, ihn, ähm, ein bisschen sättiger zu machen. Das ist vielleicht ganz oder beziehungsweise fast ganz voll ist hier die Leiste. aber, wenn man hier jetzt mal sieht, wie viel wir eigentlich haben, könnte man es mal versuchen. Aber ich hab dann eben Angst, dass es dann am Schluss doch nicht funktioniert. Können wir nur abwarten. Och, der Arme ist schon wieder traurig. Bonnzeit kaufen können wir nicht. Das ist jetzt eben wieder der Nachteil an diesen Emotionen. Jetzt nur, weil er traurig ist, kann er wieder nichts machen. Oder ich lasse ihn jetzt einfach mal hier mit sich selbst treten, ein paar Mal. Kann man in Sims eigentlich auch an einem niedrigen Sozialstand sterben? Also ich weiß ja, man kann aus Wut sterben und so. Aber an einem Sozialstand weiß ich nicht. Hab's noch nicht ausprobiert. Ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass wir das in dieser Challenge nicht sehen müssen. Ich bin froh, wenn er ehrlich gesagt uns überlebt. Es geht hier noch genau bis Dienstagabend. Also noch ungefähr 24 Stunden. Ein bisschen weniger. Ich glaub, es hat 16 oder 17 Uhr angefangen. Und dann haben wir mal die Challenge der Woche 1 geschafft. Wenn wir diesen Tag jetzt natürlich noch überleben. Na komm, schlaf danach nochmal. Ja, das ist gut. Das ist auch wieder oben. Das ist echt dumm, dass er immer so schnell wach wird. Und schlaf nochmal. Und wieder im grünen Bereich. Das ist gut. Es ist nur die Frage, wieso legt er sich nicht hin? Komm, reden nochmal mit dir selbst. Geben wir nochmal mal ein bisschen essen. Ein paar Erdbeeren, vielleicht doch mal einen Apfel, hier Spinat, eine Karotte und zweimal so einen Basilikumblatt. Ich denke, das wird dann mal fürs Erste reichen. Und dann reg nochmal mit dir selbst. Währenddessen schau ich natürlich wie gewohnt wieder nach unseren Pflanzen. Pflanzen. Haben wir da jetzt nicht gejätet? Doch, da haben wir auch schon. Aber hier können wir nochmal bewässern und ernten. Das ist auch gut. Haben wir das jetzt gestern nicht geerntet? Ist das irgendwie abgebrochen wieder? Ich habe nämlich eigentlich gedacht, nur das Jäten wäre abgebrochen. Ja gut, das macht ja nichts. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Das macht absolut nichts. Jetzt ist fast alles im grünen Bereich. Okay, ist mit Sozial, da brauchen wir echt was. Das ist ehrlich gesagt ein ganz schön großes Problem. Aber nicht mehr lange. Und wir haben die Talents geschafft. Das schaffen wir heute noch. Und wir haben Was wollte ich sagen? Was wollte ich jetzt machen? Ach, genau. Sozial nach oben bekommen. Ist aber wirklich schade, dass es hier so schwer nach oben geht. Konzentriert werden kann er nochmal. Aber wir klicken hier nochmal an, mit sich selbst reden. Und was wäre denn noch? Etwas pflanzen. Natürlich kann er das. Und die Blase geht schon wieder in den gelben Bereich. Das gibt's doch nicht. Ja komm, mach nochmal ein Nicolchen. Spule ein bisschen vor. Unser kleiner verrückter Marcel. Immer ein Grimassen-Szenen hier. Oh ne, er fühlt sich schon wieder unwohl. Und das ist echt blöd. Jetzt fängt nämlich der Müll auch noch an zu stinken und wir können ihn einfach nicht wegwerfen. Na gut, wenn das eben zu der Challenge dazugehört. Das ist ja alles durchdacht. Ich schaue nochmal unten nach. Mittlerweile kennt ihr das ja. Und hier haben wir immer noch nicht gejätet. Nicht uns da die Pflanze irgendwie kaputt geht. Das wäre nämlich echt blöd. Dann investieren wir unsere Zeit in den Garten und dann geht unser Pflänzchen kaputt. Danach redet er nochmal mit sich selbst. Mehr können wir leider auch nicht tun, damit der soziale Stand ein bisschen nach oben geht. Kann ich auch mit Pflanzen reden? Ne, leider nicht. Das wärs ja jetzt. Ja, könnte ich nochmal das Ding währenddessen ansehen. Ich glaube, die Challenge können wir heute doch nicht fertig machen, wie es von der Zeit her aussieht. Das heißt, es wird dann noch einen vierten Teil kommen vor Samstag. Das ist wirklich sehr knapp. Aber das schaffen wir, schätze ich. Ja, dann würde ich sagen, ähm, schreibt in die Kommentare, wie euch dieser Teil gefallen hat. Ähm, ja, ich verlinke euch alles nochmal unten. Das letzte, also die letzten zwei Videos von mir, von der Bunker Challenge. Natürlich auch meine Playlist dazu. Dann die Playlist von simfans.de. Falls ihr es noch nicht wisst, ähm, die Bunker Challenge ist von denen. Und um Regeln alles nochmal zu wissen, ich verlinke euch einfach alles unten, was ihr dazu braucht. Und ja, ansonsten danke schön fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo da, falls euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020